das ist heute ja von mir schon gewohnt ich weiß noch hier war die erste das erste mal mit dem ersten pullen schauen irgendwo was sehen ich habe in der kohle das weibchen gelegen war und den bullen habe ich da unten irgendwo geschossen da bin ich dann von hier gekommen und haben hier erlegt erlegt aber erst nach drei schüssen sollte nicht umfallen ich bin gleich am hoch und dort hoffe ich dass sie dann auch ein bisschen merkel haben auf einen elch bullen ich bin mal hier und das heißt einfach ein bisschen warten wenn die eigentlich mehr für die zukunft immer dass das eine spiel mitnehmen aber ich denke mal so ab ein paar minuten schauen ob wir glück haben und das ist was das etwas kommt weil nicht dann werden wir zunächst das ziel anzahlen und zwar wird es dann werde ich hier rüber gehen er wird er hier oder hier einfach mal schauen was man hier auf den kleinen inselchen so findet relativ still leise ein bisschen das ist ein bisschen 4 5 und und Hmm. Na, ruft denn keiner? Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich auf den nächsten Weg machen. Schauen wir uns mal die Karte an. Ich würde sagen, dass wir uns erst mal hier rüber gehen und hier schauen. Wird wahrscheinlich das vernünftige, sagen wir mal Stück für Stück die ganzen Inselchen mal schauen. Entschuldigung. Ja, auf alle Fälle, ich mach mal schon eine kurze Pause, ich bin gleich wieder da. Ja, so meine Freunde, hier bin ich wieder und weiter geht es. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal ein bisschen weiter und wie gesagt, wir werden jetzt auf die eine Insel rüber gehen. Mal gucken, was wir dort so sehen, so finden. Ich muss nur den Punkt direkt machen, weil mich irritiert der. Ja. Das ist doch der Hammer. Aha. Ist jetzt die Spur von dem Weibchen? Das kann es sein, aber die werden wir dann auch in aller Ruhe liegen lassen. Denn ich möchte Männchen, ein Bullen mit riesen Schaufeln, das stelle ich mir irgendwie vor. So. 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 Ich ziehend. Na ja, gehen wir jetzt erstmal rüber. schauen uns dort dritten mal um so dann gehen wir mal rüber und schauen wir was dort dritten uns erwartet ja entschuldigen ich bin ich gerade da ich noch mal zu viel reden möchte aber man soll ich nicht schreien dürfen weit rennen wir uns gerade auf die jagd ist ja 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 Nein, 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 nichts, nichts, nichts. Yo, 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 yo. Ich wurde heute gefragt, wie ich es schaffe, so viele Videos hochzuladen. Gut, ich habe schon geantwortet, aber ich sage es nochmal, falls jemand die Antwort nicht gelesen hat. Das ist ganz einfach, man spielt doch eh. Ich habe mir irgendwann gedacht, und zwar, dass irgendwann mal vor drei Monat oder knapp drei Monate. Ja, wenn ich schon spiele, dann kann ich doch gleich aufnehmen und dann bei YouTube einsetzen. Und deswegen kommen wir mir so viele Videos zusammen. So, ich habe jetzt einen Schnitt von 100 Videos pro, äh, ja, kann man sagen, Proben pro Monat. Ich habe jetzt 313 Videos, glaube ich, bis jetzt oben, mit dem wir uns 314, 15 sagen. So, jetzt kommt man hier in der Trübe, oder? Doch, hier aber. Aber naja, das geht hoch. So, ich habe jetzt wo nur noch einen Schmack her. So, es geht hier. So, jetzt kommt man hier. Noch mal, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt man hier in der Trübe. Oh, das ist eine Katastrophe. Und jetzt kommt man hier mit dem Schmack. Untertitelung des ZDF, 2020